Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3. Ich bin heute Call of Duty Modern Warfare 3 Herrschaft Village. Ist angesagt, UMP45 MP412 Splitter Blendgehörner. Auf Kleruschnitzung und durchstelle. Komm mit in unseren Rücken. Sturmpaket und gut erholt auch dabei. Wir machen uns mal bereit. Ich habe die UMP45 schon stark gemacht. Aber lasst mich bitte noch eins machen. Ups. 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 Ihr seht schon, ich bin ein bisschen der andere Zucker. Aus dem Grund muss das alles hier schon seine Richtigkeit haben. So Leute, jetzt kann es losgehen. Ah, das ist cool. Ja. So. Und zwar, ich habe ein kleines Thema für euch heute vorbereitet. Und die heißt Hostenmigration. Nie Spaß. Natürlich nicht Hostenmigration. Das gehört dazu. Sondern mein Thema ist Felix Baumgartner. The Felix. The Felix. Hm, Bananen. Äh, ja. Felix Baumgartner. Ja, ihr wisst schon, dieser Typ da, der, der, wie hoch war, so 39 km und 1.300 km pro Stunde war er schnell. Ja. Hat die Schallmauer durchbrochen. Der Typ. Und, nun habe ich 60.000 Punkte bekommen. Wow. Warum habe ich so viele Punkte bekommen? Hm. Egal. Jo. Der Felix Baumgartner ist ja aus der Stratosphäre gesprungen, so. Und, jo. Der ist ja auch ins Huling geraten und so. Voll Gras. Uah. Und sowas könnte ich nicht. Jo. Jetzt konzentrieren wir uns weiter aufs Gameplay hier. Nix über so einen Felix Baumgartner. Ich nehme die Strikermittel und die Skorpien. So. Skorpien immer gut. Oh. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier, Leute? Was haben wir denn hier? Ah. Sehr gut, Leute. So. A ist gesichert. Ah. Ja. Ja. Fernkämpfer. Oh. Da bin ich ja schon tot. Das gibt's ja gar nicht. Mamma mia hier. Was ist das? Naja. Ja. Ja. 60.000 Punkte werden mir auf mein Konto transferiert. So. Bum 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 bum. Ah. Mann. Mann. Ich bin mir wieder aufregen hier. Ich bin mir wieder hier. Ich bin mir wieder hier. So. Striker auspacken. Ah. Bringt nichts mehr. Ist zu spät. Ist zu spät. Oh. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Äh. Leider. Ja. Ach. Das wäre so cool gewesen. Das wäre jetzt so cool gewesen, wenn ich jetzt noch ein paar Punkte abgestaubt hätte. Ah. Das war es leider nicht. Ah. Da ist er. Da ist er. Schau dich noch an. Hinterm Auto. Hinterm Auto. Tot. Oh. Ich natürlich auch tot. Mein Gott. Die haben aber richtig viele Punkte irgendwie. Krass. Na ja. Irgendwo mal lieber rechts lang. Und nochmal rechts. Oh. Von hinten vielleicht am besten. Ah. Müssen wir zu A Punkt. A Punkt A. Ah. Ach. Richter. Oh. Da gehen die Explosion schon los. Ah. Dahinten sind sie. Versteckt sich dahinten. Oh. Das ist aber gemein. Das ist aber richtig gemein. Oh. Ah. Das sieht ja mal eklig aus hier. So. Gehen wir mal hier in die Höhle rein. Leute. Höhlenexpedition. Muss auch mal gemacht werden. Vielleicht finden wir irgendeinen Schatz. Ja. Eine Dusche. Mhh. Sehr schön. Komm schon. Einen Kill will ich noch machen. Ah. Da haben wir ihn. Da ist einer. Da ist einer. Guckt euch das an. So. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Wie viele Minuten sind da noch zu zocken. Oh. Mann. Das gibt es doch gar nicht. Gucken wir mal wie viele Punkte die haben. Ah. Ja. Ja. 60.000 Punkte. 60.000 Punkte. Zahltag. Ja. 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 Ah. Mann. Das wäre mein Kill gewesen. Hier. 120.000 Punkte habe ich schon erzielt. Oh. Aha. Ah. Aha. Leute. Aha. Oh. Dieses Schwein. Mann. Hat mich ausgeschaltet. Und mein Freund. Guckt euch das an. Hinter dem Ikea Tisch. Hier. Der zappelt noch. Die Nerven zappeln noch. Ist wahrscheinlich ein bisschen Salz an dieses Rückenmann gekommen. Hier. Mann. Mann. Das hättest du dich ja auch schon am abkratzen. Come on Leute. Das schaffen wir. So. Jetzt habe ich eine Konterdrohne. Die aktiviere ich natürlich gleich. Wie sieht das gehört. Das ist ja die Position. Und gehe weiter. So. Oh 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 oh. Hallalalaloo. So. Position wird gesichert. Aber das wurde leider schnell unterbrochen. Weil ein Raketenwerfer mich vernichtet hat. Und ins Jenseits befördert hat. Und ins Jenseits befördert hat. Jetzt muss ich aber erstmal hier. Zum anderen Point hier. B am besten. Die Granate hoch. Dann ist schon hoch die Punktzahl. 720.000 Punkte. Der eine. So. Und nochmal 60.000 Punkte. Auf mein Konto. Oh. Die Position will ich sichern. Ah. Mit dem Headshot ausgeschaltet. Mit dem Headshot. Kopfschluss. Bam. Weg. Fertig. Schluss. Aus. Amen. Leute. So. Ein paar Sekunden habe ich noch. Leute. Das ist meiner. Das ist meiner. Perfekt. Was. Level 62 schon. Das ging aber richtig schnell. Also irgendwie ist das nicht normal. Hier 930.000 Punkte. Ich weiß nicht ob ich hier im Chaos Mode bin. Das ist mir sonst noch nie so aufgefallen. Schaut euch das mal an. 960.000 Punkte. 600 Punkte hat der eine. Und ja. Wow. Krasse Punktzahl hier. Und das war es eigentlich schon wieder. Von eurem YouTube Gamescom. So. See you later Alligator. Bis zum nächsten Mal. Ciao.